okay ich weiß es nicht über die Aufnahmeauswahrung und das ist nicht gekürzt sonst hier ist nicht so weit so ist es das Wort er bewegt das Laden und ihnen zwei Waffenkürzen 6 er braucht mich auf ganz 79 mal mal 11 die Sorge die Lackgabe an der Kiste ich habe gesagt die Schreck wird die haben 70 lediglich ich habe auch noch reißen der SMG gefunden war wo es nicht Prozent wenn es nicht Prozent mit 94 Jahren in der Klinik ich kann nicht mal geht da rein Prozent Prozent der Kurs ja kommt die Geräte und vor Ort und was ist der Städte Lebensgrund Prozent denn er war dann ich bin unten werden bereit was ist das hier kommen rein komische Raum da da liegt was da wollen wir gar nicht wie gesagt da wollen wir gar nicht rein guck dich mal um grüße deine beste Waffe auf warte noch warte 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 bleib hier hin da oben in dem Ding verdammt ich wollte blood ring schon mal nein oh was meister misst er hoch ich will ich hier lebt gerade uhr wird schießen die denn ich habe ja toll ist egal steckte mal raketenwerfer Die holen mich gerade um mich an Raketen in den Bogen, steht die da nicht? Wow, wie sieht das aus? Mann, ey, jetzt direkt wieder! Woah, woah! Da, da, da! Geht, woah! Nächste! Nein, das war's! Weil mal steht der Krimsen-Lenz dran? Nein, Krimsen fast! Gut, weil zu den Krimsen-Lenz waren wir gar nicht. Was gibt's hier? Wenn der ganze Geld hier ausmeldet. Meine! Was ist das? Was ist denn da? Guck dir mal an! Alienwaffe! Pack ich an schon mal Raketen-Water! Was denn? Das ist so ne Art Raketen-Werfer! Okay, dann ist es einfach wieder! 800 Schaden, also weniger als dein Raketen-Werfer! Hä? Meiner hat 766! Hat er nicht mal drei? Nein! Ich bin wieder raus! Wieso raus? Was? Ich bin wieder raus! Gott, nein! Dann bin ich das... Gott, mirpetenz! Ich bin das Gefühl! Wir kommen jetzt alle und nicht endlich in die Waffen! Mach' es nicht gut! Wir sind eigentlich die Lenz-Werfer! Das habe ich immer noch nicht kapiert! Ich weiß, dass es sollten, oder? Die alienwaffen, Waffen schießt... das Bild die Endeffektiv ist so wichtig ich hatte das auch aber ich habe so ist ich habe das Spiel langsam so nach der Umgebung das ist Julio und das ist nicht das noch gekauft es gibt neue Medikets größeres Mediket halt dreihundert Leben nämlich für drei mit und dann muss noch verkaufen dieses Transportpunkt ich kann mich nicht durch nein, kann sie nicht und man schält es aus warum rennst du vor? woho das ist ein Geschütz und das ist mal übelst akro die Elienwaffe wackelt die ganze... die Elienwaffe macht mich platt vor allem die Munition, ne, unendlich da gibt es glaube ich Elienwaffen, oder? Mann, ey, reicht es mir auch da steht eine Lenzinfanterie vor uns, ne? ja, oh die juckt nicht Energie erschöpft, muss aufladen die Waffe muss nach einer Weile aufladen muss die Elienwaffe muss nach einer Weile aufladen die Waffe hat Batterien, die sich selbst aufladen die Waffe hat Batterien, die sich selbst aufladen das würde ich auch gerne mal in echt tun ah, ne der hatte glaube ich eine Elienwaffe, oder? der ist im G oh, da ist noch ein Elienwaffe oh, oh knallharte verdammt, jetzt ist der weg kannst du nicht einmal ohne zu sterben kämpfen kannst du nicht einmal ohne zu sterben kämpfen bald für die Bis 30 … ... da liegen zwei da liegen ganz viele ich dachte, guck mal was da liegt und die Arme das ist alt ist auch nicht so schlecht ein guter Mann ja komm doch eher und Kuro okay da wollte ich ja doch der blaue der Karte mit dem kann man sprechen aber ich kann nicht ansprechen worum doch geht hier ist das Kind Schild 475 aber wo wollen wir lang da vorne ja wir laufen hier lang laufen wir riesigen Umweg oder wo ist das Ding wir laufen hier lang oder wo ja doch hier hast du auch schon ein Level abnehmen wenn er will rein ja wo rennst du hin da wo hin geh mal links rein da gibt's nur einen Gang ja eins tot zwei steht vor mir zwei steht immer noch vor mir zwei steht immer noch da ist noch eine Erdeckung nicht gesehen wow hast du dich mir gerade verleidt ohhhh da liegt was blaues und große Medikin zwing mich nicht normalig aufzuheben vielleicht nimmst da ist ein Tor das macht mir Angst vielleicht wir haben Zeit also sollten uns auch Zeit lassen nein guck mal auf die Uhr äh wie soll fünf Minuten noch hier ist es wenn du ne Alien-Sniper oder sowas findest ich bin oh ich hab was nachforschen bringt es sind die 114 Slapper 413 meine und jetzt ist noch 413 und 1,8 Waffen die genauigkeit von keinem Augenblick die will ich mir mal angucken guck in die Wand warte mal guck mal man schädigt es geht äh ich brauche einen Schuss für so einen Typen warum schießt man schnell keine Raketen was zur Hölle ja wenn ich ihn treffen würde ich habe nur noch ein Schiff Mann muss man treffen das wäre auch nur das Schloss Mann was das gefällt dir nicht das ist ein G mit 60 oh guck mal Schild guck dir es mal an und Regeneration soll ich doch nehmen oder du kannst du nehmen ich habe zu machen ich möchte erst mal es gibt eine Geräusche Schilde ich denke oh hier wurde erscheint jemand existiert die Reparaturport eh hier kast úcar Exklusiv-Artefakt ich höre vor Prozent Waffengäste zu dir nicht gesehen Nö Pistolen Sieh dir das an Zweite Ja, Revolver, der gehört mir Orang Kriegt den überhaupt zu benutzen, ja 329, wie viel macht meine 300 Oh Ein Glatt erschossen, der nächste Ich muss das Wort nochmal machen Wieso? Ja, weil das... Oh, oh, oh Ich seh's Äh, wo das geschützt wird So Das ist mein Akkus alle Boah Scherze Ah, ich hab ne bessere FMG, äh, FMG Äh, ein besseres Maschinengewehr 146 Das ist besser Ja, als meins Ja, als meins Sieht aber genau so aus, wenn ich losse Ich guck mal an den Revolver an, Alter Soll ich nur hart Soll ich nur hart Da läuft Ich weiß nicht Was gibt's hier? Soll ich jetzt mal was gibt's hier? das wird der Konsultoren aktivieren so ein Jahrhundert Prozent das auf geht ich glaube wir wollen nicht dass es auf geht ich weiß es steht ein Schiff ein Schiff steht auch davon oh da steht drei Schilder drin im Raum Alter das Leck bei mir übel du bist du? ich muss sich wiederbeleben wenn du dich bist komm jetzt mal zurück Nein wenn du mich deckst, belebe ich's wieder da vorne was soll ich denn vergessen was soll ich denn machen? na was wollte ich kommen das war eine normale Letzte ähm es brennt alle sniper 241 ich bin tot da ist das Auto wir hatten hier auf mich geballert das ach da oben ist der lebe ich mal wieder in Kalifornien tot es geht schon 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 riesige Welt Treppstoff oder Gaston oder sowas in die Luft gekommen die überliebt hat weil ich bin möchte die Autos auch irgendwie das sind die Autos für mehrere Personen aus dem Ort ich weiß das Reparaturkit weiß ey wenn wir jetzt weggehen dann ja dann haben wir das Reparaturkit noch alles und so ja aber dann kann es sein, dass wir hier nicht mehr hinkommen so leicht wir können abkürzen wir sind jetzt den Bogen rumgelaufen wir können mitten durch wir sind unten den ganzen Bogen gelaufen und da oben kann man durch in der Mitte ja gut dann ja gut dann tschu 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 äh hallo tschüss tschüss oh man blaulab